Du Simon, wer coolt eigentlich mit den Briefe? Christen? Ja, ich glaube, heute kommt eben Marco. Es ist natürlich verheerend. Hallo, hallo, ja, mein Name ist Kurt. Ich finde es äußerst traurig eigentlich. Klapfen-Kränk gibt es da. Dieser zu Anfang noch etwas verhaltene Bauer taut immer mehr und mehr auf. Ja, und du bist eine süße oder ein bisschen salzige? Also das Precisivis, das weiss ich schon. So, so. You're good. Ich habe bei ihm schon mal immer ein bisschen rausgespürt, dass er so ein kleiner Schamöer ist und ja, finde ich herzig. You're the best, ma'am. Jetzt nur nicht nachlassen mit dem flirty Stuff. Und? Ich habe keine Masse mitzunehmen. Also, mal ein bisschen probieren. Meinst du, es klappt? Jetzt hat es halt nicht klappt. Aber ja, finde ich herzig. Die zwei sind auch herzig. Irgendwie. Ja, die könnte man da eigentlich meilen, da. Die Tür ist, die Bäume da. Wieso? Wegen Aussicht. Das ist alles Naturschutz. Darfst du nichts machen? Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Nein. Doch. Ja. Emotionale Bauern erhellen Zeppelots Herz immer am meisten. Also, das berührt mich gerade ein bisschen da im Herz. Wo berührt es ihn? Das berührt mich gerade ein bisschen da im Herz. Ja, shit happens, ja. Das war's.